So, jetzt haben wir natürlich, ähm, die Option, also erstmal ein Gebet der Heilung zu machen. Dankeschön. Dann können wir noch ein bisschen mit Toten reden. Was war euer fucking Problem? Gegen wen habt ihr gekämmt? Bombing ist bei nem Kampf. Hm. Was habt ihr hier gemacht? Sie ist ne Hapfnerin. Ach Gott, ne Hapfnerin. Ach, scheiße. Jetzt haben wir Hapfner gekillt. Das war nicht meine Absicht. Aber ich hatte ja gar keinen Background-Info, was hier abgeht. Ich hab auch keine Ahnung, wer der Typ, die, die, so... Wer die Steinfürsten sind. Was haben sie hier gesucht? Wer ist das Steinfürst? Wer ist das Steinfürst? Von der Hapfnerin. Okay, sie ist keine Hapfnerin. Okay, sie ist keine Hapfnerin. Die Steinfürste wänt. Du kannst keine mehr Fragen fragen. Gut, äh... Ja... Dass die Hapfner und die Gilde unterwandern, konnt ja keiner ahnen. Konnt ja keiner ahnen. Konnt ja keiner ahnen. Das ist doch was für dich im Zweifelschattenherz, oder? Scheitert nicht. Die Gilde hat Wind von unseren Aktivitäten unten am Fluss bekommen. Der Steinfürt persönlich darum gebeten, dass ihr etwaige Besucher verabschiedet. Ich habe im Munkeln hören, dass eure Männer an den Docks langsam an den Geschichten über die Fähigkeiten des Steinfürsten Zweifeln beginnen. Schützt unsere Lieferungen, dann muss er nicht persönlich vorbeikommen und sie euch demonstrieren. Schimmertanzdolch. Abwahrzeugung plus 2. Dieser Gegenstand leuchtet in einem Radius um 6 Metern. Nur Zweithand. Schimmertanzdolch. Wenn diese Leucht in der Zweithand geführt wird, erhält der Träger einen Bonusplan. Also die Rüstungsklasse. Uh, Astarion! Karnach. Fee der Gildenmeisterin. Neunfinger gibt nicht klein bei. Der Steinfürst drängt sich in unsere Geschäfte. Sie will also zurückdrängen. Finde heraus, warum dieser milchgesichtige Scheiß unbedingt eine Anlegemöglichkeit für die Schiffe des Kultes schaffen will. Finde heraus. 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 eigentlich ab. Ich bin ja einfach nur reingelaufen, weil ich mir dachte, ich guck mal hier rum. Also, hier kann man ja einfach mal so hinkommen. Und da wird man direkt angepöbelt und nur wenn man sagt, hey, ich will mich ja hier nicht einmischen, wird man von allen angegriffen. Schweinerei. Oh, hier geht's rein. Hallo. Wo geht's denn hier hin? Scharfe Schweinewurst. Ist er mitnehmen? Hallo. Die Menge Dolche und Gold. Dolch nehme ich mit. Äh, Gold nehme ich mit. Und Essen nehme ich auch mit. Echt? The fuck? Ist eigentlich ein Tot da. Kairos Warnung. Man muss oft mal daran erinnert werden, dass man sich nicht aus dem Vorrat bedient. Der Vorrat gehört mir und ihr bekommt, was ich euch gebe. Wenn ihr seht, dass ihr etwas von dem Vorrat nehmt, dann passiert euch dasselbe wie Van. Seid klug und nicht wie Van. Hot foot, hot foot, place is trapped. Ah, nice. Da will ich jetzt inspirieren. Hab wenig Lust darauf. Dass ich ne Eins hab und deswegen einfach Damage ins Gesicht krieg. Knochen-Dunn-Stiefel. Ausweitensinkt. Du hast ein Bonus und Plus Eins auf Rüstungstasse und Rettungswürfel, solange du weder Rüstung noch Schild trägst. Sprung ist um 1,5 Meter erhöht. Gewaltiger Sprung. Ich glaube, ich hab aber meinen Nebelschritt da genau. Sich auflösende Nachtläufer. Pferden zusammen klicken. Du kannst weiter springen. Aber du trägst auf jeden Fall Rüstung. Ist das nur teilweise was davon. Du kannst ja weiter springen. Das ist auch ganz nett. Gutes Gold. Gutes Gold. Das ist Jude Gold. Gutes Gold. Das ist Jude Gold. Ja, das ist cool. Gutes Gold. Gute Eier. Faulte Sachen. Was sind denn hier verfaulte Sachen? Das ist ja auch noch ein Schiff, wo man wahrscheinlich irgendwo hinfahren kann oder so. Ich habe wieder irgendeinen Charakter angeklickt zum Reden. Okay, hier unten ist irgendwie nichts, was mich interessiert, so wirklich. Ja, nicht Schatten. Wenn nicht, dann bin ich perfekt glücklich, dass du einfach nur auf deinem... Cool, dass du so into it bist. Wir müssen im nächsten Mal wieder eine Rast machen. Hier gab es einfach nur einen coolen Loot-Steller gefühlt, wenn wir das gesehen haben. Gehen wir mal wieder raus. So, wir speichern mal den ganzen Chrom. Und was ist jetzt mit dem Schiff hier vorne? Verschädigte Vase. Nichts drin. Nope. Was ist das? Was? Gedankenschinder-Parasitenexemplar? Okay. Steht einfach mal hier rum. Steht einfach hier rum. Gedankenschinder-Parasiten. Gehen wir mal an Bord. Hallo, mysteriöses Schiffchen. Was geht bei dir ab? An dir hängt eindeutig noch die Spur des Schattenfels. Lager. Schiffsmanifest mit Kommentaren. Raffst du ein Schiff unter all den Trivalen Gütern wurde eine Ladung mit Kasten eingekreift. Anlager senden. Kiste. Kann man einfach nur bewegen, glaube ich. Ha. Ha. Okay, wir hätten hier noch ein paar Parasiten gekriegt. Und das scheint es mir gewesen zu sein. Sonst geht es hier, glaube ich, nicht weiter. Gefühlt. Sehe ich zumindest gerade nichts, wo es hier weitergehen würde noch. Ich wollte doch nur mal kurz sehen, was hier abgeht. Nur mal kurz reinlunzen. Der ist ein bisschen schnell hier, die Wasserfälle. Die haben sie nicht so hübsch gemacht. Mal ehrlich. Die Dampffolke ist gerade gar nicht mehr da bei mir. Also es sagt noch Dampffolke, aber sie wird nicht mehr gerendert. Ist ein bisschen buggy buggy. Frischer Leichner, mit dem dürfen wir nicht reden. Ist auch angeblich eine Dampffolke. Achso, hier fahren die ganze Zeit die Schiffe durch. Genau, das ist das. Ummerkäfig. Aha. Hier sind wir schon hoch. Bei dem es hier noch was anderes gibt. Mein kleiner Hexenmeister. Lauf, 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 lauf. Ist der Tempel da auf der Hand, da können wir einfach reingehen. Ist ja der Tempel da auf der Hand und nicht der geschlossene Faust. Logisch, dass man da einfach reingehen kann. Hä? Was da passiert? Da ist er plötzlich rückwärts gelaufen. Wenn aber da lang geht's. Oh, wer brauche ich den? Hier ist noch ein Beutelchen. Uh, danke. Ist einfach noch ein Eingang zum Tempel. Überleben fehlgeschlagen. Für alle vier. Ja, geil. Jetzt bin ich wieder bei der Kirche. Ähm. Ich habe diesen Schloss im Keller geöffnet. Ich weiß nicht, welches Schloss eröffnet. Ich habe diesen Schloss im Keller geöffnet. Ich weiß nicht, welches Schloss eröffnet. Ich habe Eindring im Tunnel gefahren, war ziemlich blutig. Du bist... Ein bisschen kühl, Bruder Donnig. Das muss ich mal so ehrlich sagen. Aber wir gehen jetzt erstmal kurz hier Bescheid sagen. Ja, nein, nicht da. Ich würde so... Dass wir, äh... Ja, Snibbles gefunden haben. Mehr oder weniger. Wo ist das Snibbles jetzt? Das ist mal Ben. Der ist ein bisschen überladen. Ja. Das können wir jetzt... Äh. Haben wir? Wieso darf ich jetzt nur weggehen machen? No. Whf. Ich habe Snibbles in meinem Inventar. Hallo wieder, mein witziger... Ich darf nicht mal sagen, nö, habe ich nicht. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Moment, warum hast du jetzt gerade auf, was aufzumachen, Karlach? Willst du uns umbringen? Der fuck? Fum und Beißerchen. Okay, noch nicht ganz verstanden, zu wem ich mit dem Körper gehen muss. Wir haben ein grausam Bewusstmutzchen in Baldur's Tor entdeckt, möglicherweise Ohrenswerk. Baldur's Tor ist eine Nebel, wir sollten herausfinden, was Gott euch macht. Finde Schnibbel sind dann. Aber wir sollten nach weiteren Körperteilen suchen, aha. Deswegen. Dann ist es zu befreien. Wir haben schon bald das Tor erreicht, wir sollten noch mit Sora Ausschau halten. Das heißt, wir müssen weiter da unten eigentlich rumguckeln, bei dem was wir aktuell gemacht haben, so wie ich das sehe, weil wir haben ja dort unten noch nicht alles geholt und wir haben, müssen ja auch das intelligente Amulett noch da runter bringen und sowas. Tut mir leid, da bin ich gerade falsch gerannt. Bin ich einfach falsch gelaufen. Wir müssen dann noch mal, warum ist eigentlich in der oberen Etage der Eingang zum Keller? Schräg. Da waren wir, das war der Eingang, da ist noch eine Tür, die wir nicht gemacht haben. Ist das mit der Gruft wahrscheinlich, oder? Da müssen wir jetzt mal das verrückte Amulett anziehen. Hochgeistige Laune. Da lässt sich alles etwas lebendiger erscheinen und macht das Amulett aus einem Rettungshof auf Weisheit bestehen, sonst wirst du hysterisch. Ja, ich hätte die Tafeln angucken können. Da wird auch nicht mehr auf dich, weil es hier nicht mehr plasma ist. Hier ließ sich Kalabin. Hier, hier, hier ließes Frau Sira-Clauben. Date of birth unknown. Died? 1491 DR. Schärer, faithful to the crying God. Long didst I wait, only to find thine empty flesh. Geh weg, du bist ein Mann. Okay. Ähm. Warte einen Moment. So war nicht der Deal. Oh, honored Shira. Her spirit has fled, and her body but merely a husk. Ähm. Swear, I did to shed this foul mania, and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ill Martyrs want. What? Now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer. Oh, 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 oh. Shall it be thou? Ich hab euch geholfen, was soll der Scheiß? Belegen was du vom Gebrechen des Mönchs weißt, wie sehen die Konsequenzen aus, wenn du es annimmst? Das wird schwierig. Wird sehr schwierig. Ähm. Ich benutze mal noch eine, aber es wird trotzdem sehr schwierig. Es könnte klappen. Es klappt. Gerade so. Holy shit. Der Mönch selbst hält deine Antwort. Tasha's hideous Laugh is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Cost of wisdom? Hallihallo Sonics. Entschuldigung. Ich war... Gott, nicht da. Wisdom ist ja nicht so das Problem. Theoretisch. Aber ich vermute, es wird nicht der Stat Wisdom gemeint sein, den das hier kostet. Hm. Ich will den Fluch nicht erben. Ach komm, wir nehmen den Wahnsinn auf uns. Tasha's Grässe ist gleich eine mächtige Fertigkeit. Ne, eigentlich... Kann den Verstand kosten. Ich vermute mal, ich hab dann ein paar... ... oder muss dann ein paar mal Weisheitsrettungswürfe machen. Ich bin nicht so gut in Weisheitsrettungswürfen. Nee. Ich will den Fluch nicht erben. Hehehehe. Well, wenn du lachst, dann muss ich. Lass unsere Allianz auf einem Lark enden. Puff. Dafür brauche ich auch... Ja, dafür brauche ich auch das. Wir nehmen das Niederstrecken und geben ihm hart. So viel wir halt können. Das ist so viel. Wait, die anderen sind nicht dran. Au, scheiße. Die slappen aber ordentlich rein, die Jungs. Holy shit. Erstmal brüllen hier. Ähm, ja. Ja, Problem ist... Raffinierter Aktion Rückzug ist wahrscheinlich die beste Option. Und dann machen wir hier einen Backstab. Dann fallen die anderen nämlich auch erloben. Hehehehe. Eternally casted, my spirit being. I... No. Morgen, Lord. I call to thee. Lass deine Verbeerenz. No. No. Hahaha. 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 Wir haben dem Geistesamulitz nicht geholfen. Wir haben ihm nicht geholfen. Dem intelligenten Amulett. Äh, aber so ist das halt. Kann nicht jedenfalls. Moment, wo ist denn mein... Mein Ding jetzt hin? Mein normales Amulett? Ähm... Da. Es tut mir ein bisschen leid, aber ein bisschen auch nicht. Weil ich hab das Gefühl, wir hätten ganz schön auf die Nase... Also... Hätten da Schwierigkeiten bekommen. Bin ich ehrlich. So mein Gefühl. Wenn wir... Wenn wir... Dann... Wisdom-Saving-Thrill oder sowas hätten machen müssen. Moment, Eisenleiter. Achso, das ist das, wo es nach unten geht, ne? Glaub ich. Kläre die Mode im Tempel auf. Haben wir unten irgendwas? Oh, hallo. Achso, das war, wo wir reingekommen sind, wa? Ja, okay. Ähm... Haben wir unten irgendwas noch vergessen, uns anzusehen? Ich dachte eigentlich nicht wirklich. Ich dachte eigentlich nicht wirklich. Such das nach, sprich mit Lorakan oder so. Fragrance Glitchrim hat... Das ist ja, wo es rausgeht direkt. Hm. Können wir das nochmal nach Rivington Porten? Müssen wir das nicht laufen? Wir sollten wahrscheinlich mal, wenn ich so meine Leute angucke, ne lange Rast machen. Wir sollten uns angekommen. Ach du Scheiße. Wer bei den Höllen seid ihr? Ja. Oh, die hast du einen langen Namen. Hör meine Worte, Vinisk. Wir sind Githyanki. Wir gehen auf die Mäste. Wir schütteln die Sterne. Wir schütteln die Pläne. Der heretische Prinz schüttelte. Der große Dominion schüttelte zu der Kopf eines Pins. Ist der Githyanki-Prinz wirklich eine Gefahr? Oder einfach eine Herausforderung? Zurück zur Astralprinz! Schlaue Orpheus, den Prätener! Serv mir! Und ich werde aufsendern. Du wirst kein nur Wälder sein. Kein Kithrak. Du wirst Barta-Vlaketh sein. Rechte Hand? Ah. Mein nur Wälder. Mein nur Wälder. Knie vor mir. Mach deine Wälder. Deine Parasite ressonieren. Du fühlst Laiselles Ekstasie. Äh. Sie will sich in den Knien. Oh, Laiselle. Ihr darf einsitzen durch eruptionisch übertragen Flakeths Verstand suchen. Überzeugen. Stellt euch in Tatsachen, Laiselle. Flaketh hat euer Volk belogen. Wir versuchen lieber zu überzeugen, würde ich sagen. Es ist ziemlich cool. Aber es ist manches auch ein bisschen janky. Aber es ist ziemlich cool. 30. Wieso haben wir denn... Ah. Ja, also du musst nur 20 Würfel an, sonst kannst du sie nicht überzeugen, ihrer Königin nicht zu dienen. Wenn du nicht vorher schon sie irgendwie dazu überzeugt hast, dass es ne dumme Idee ist. Ja! Ja! Ha! Geil! Sie... Sie hat gute Wälder für mich. Flaketh ist meine Hoffnung. Mein... allgemeiner Purpose. Von Lebenslagerpropaganda vergiftet. Ich bedauere Laiselle. So verneigt der Wurm sich vor dem Weivern. Zeigt Würde. Erhebt euch gegen Flaketh. Ich vermute, wir haben hier aber einen niedrigeren Widerstand. Weil das ist deutlich mehr... mehr offener Widerstand. Auch wenn wir hier gute... gute Modifikatoren haben. Ich glaube, das könnte noch ein 30er sein. Weil... auch wenn ich bei 1 schüchterne relativ gut bin. Oh Gott. Das ist mein Glauben, mein Lebensweg. Ich würde, glaube ich, eher das nehmen. Ja, 18 ist nämlich deutlich mehr machbar. Ich glaube, das andere wäre wieder 25, 30 gewesen. Und 18 ist immer noch sauschwer. Ach, fuck. Ich habe keine Inspiration mehr. Ach, scheiße. Ach, scheiße. ein Stimm in der astral See. Denn du würdest nicht überleben, die Flucht zu folgen. Ach, fuck. Ich hätte die vier Inspirationen behalten sollen. Ich habe die sinnlos verbraucht gerade. Ich dachte, ich kriege hier ständig welche. Das ist doch beschissen. Ich will dir nicht töten. Ach, Mann. Ich vermute, Brief von Arabella, sind es noch frisch, die Handschuh ist ja so gefühlt, hey ihr, ich schulde euch sehr viel, zum einen weiß ich nicht, wie der Brauch einer Schlange von Innern aus, zum anderen habt ihr mir erlaubt, in eurem Lager zu bleiben und noch dazu habt ihr herausgefunden, was mit Mama und Papa passiert ist. Ich bin jetzt allein und der Knochenmann sagt, dass das gut ist, ich muss mich nur vom Gewebe leiten lassen, so werde ich das, und soweit ich das sagen kann, zieht es mich nach Baldurs Tor, also gehe ich zuerst einmal dort an. Naja, danke jedenfalls, für alles, ich werde es nicht vergessen, Arabella. Oh, shit ey, also 18 wäre sogar machbar gewesen, wir würfeln irgendwie eine 3 oder eine 5, irgendwie sowas, oh, fuck. Ich vermute, wir werden mit Lizelle uns noch zerstreiten, ich vermute stark, wir werden uns noch zerstreiten, hallo Kallach. Soldier, mein Motor, es tut mir leid, ich denke, das könnte es sein, bald. Ich denke, es ist heißer, als ich wusste, es könnte. Fuck, wir brauchen einen Schmied wieder. Aber schau, wir haben es gerade in die Stadt gebracht, das wird mir alles tun. Lass uns ihn schützen. Was, was nach dem, was passiert, ist zwischen mir und den so genannten Gott. Ich denke, dass wir ein Heilmittel finden. Was geht bei Schattenherz ab? Ich kann trotzdem fühlen, dass die Schmiede überall über mich fallen. Sie hat jetzt graue Haare. Ich fühle... ...unclean. Und was wollte er gegen Unternehmen? Ich will es wegwerfen. Alles. Okay, das heißt... Stets zu Diensten. Natürlich. Let's try. Okay. Wir haben also ein Mitternacht-Mächtliches Date. Da bin ich mal gespannt, was da passiert. Kann ich dich auf Arabella ansprechen? Kann ich. Die Frau hat sich verlassen, um ihr eigenes Weg zu heuen. Sie hat dir eine Lied. Du könntest es lesen, oder du könntest nicht. So ist der Weg der Autonomie. Hast du andere Geschäftsführer? Ich hoffe, du hältst dich gut, Freund. Ja, mein Kleiner. Ja. 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 So. Können wir Gale auf diesen... Vielleicht können wir sie nochmal überzeugen. Sonst müssen wir sie K.O. schlagen. Ich glaube, wir haben nichts daraus gemacht. Es ist zu spät. Ich kann einfach nicht sagen. Die Möglichkeit des Todes gibt es zu stehen. Astralberührte Larve. Was hätte ich davon? Vampir im Lager haben. Gut, das sind die Standardsachen. Was geht bei Halsin so ab? Lackiths Worte haben sie gesagt, Leisel's Minde, es scheint. Ich würde nicht wünschen, zu sein, dass die Lich-Queen auf sie sein wird. Ja. Der ist korrekt. Habt ihr noch was zu sagen dazu? Ich hoffe, das ist der Vater. Du bist, glaube ich, einfach übel sauer. Wollt ihr in der Glow der Moonmaidenssworden? Seid ihr herzlich willkommen. Ohne Mädchen ist nichts, wenn nicht loyal. Ich hoffe, es kommt nicht zurück, um sie in den Arsch zu beitzen. Being loyal to the wrong person, kann manchmal das tun. Manchmal. Hm, okay. Die habe ich auch nicht geredet wieder. Wir haben nur die Halsin zu einer unendetigen Queen. Oh. Und damit ohne unsere feinen Silberware. Die Läriere von Leisel. Sie wählt Loyalität, ja. Aber es gibt keine so gefährliche, wie die, die nur glauben, weil sie müssen. Sobald's chosen is a doppelgänger. I should not be surprised. They have ever been among his favorite servants. Orin is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food. Or she fears what you might do. Good. Sie will uns Paranomiten machen, wo die Fehler machen. Ihr scheint Erfahrung mit Doppelgängern zu haben. Das ist richtig, die wirkt jetzt nicht krass marionettig. Isolated. Tell the lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. Würde ich auch sagen. We should leverage that. Könnten sie gegeneinander ausspielen, eventuell. Wie geht es euch ohne Hafnung? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Ungordened by numbers were free to act, rather than react. A little like the old days. Stimmt, die war ja in Baldus geht zwei schon, ne? Always, every bit as peculiar. Give or take a few Tadpos. Eure Erfahrung könnte mit von Nutzen sein. A kind way of saying, Ye gods, I hope your lucky balls don't break at the first blow. Oh, nice. I will try my very best to keep up. Nice. Ich mag sie. Sie ist witzig. Bisschen Selbstironie und so. So, Laser. Ich glaube, wir haben ein schweres Gespräch vor uns, wa? So ein Bullshit. Mercy is as rare as the disciple who earns it. My queen, my eternal regent. Through your eternal wisdom, I will be legend. I have seen my future in the shimmering visage of my queen. Heard it in her thundering voice. Orpheus will fall. And I will have my just rewards. Oh, queen, you've heard my cries. Now, I heed your sacred mission. First, we find a way to free Orpheus from his astral chains. Then, we cleave him from brain to belly. Jamar Zala Vlacketh. Hmm. Er hat euch zu Bart Vlacketh zu machen. Was bedeutet das? Vlackeths left hand and her right. Commander of all dragons. Chosen of the queen regent. Not since Vlacketh won, has a Bart to Vlacketh been anointed. Okay. Once Orpheus is slain, I will take my place in Castle Sassarys but to Vlacketh the second. Every Githyanki and every red dragon will know me about it. I believe you would be dead. Because you have a fucking Tedpo in your head. I want to talk about Orpheus. What about him? Why would Vlacketh then be dead? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of the Githyanki people's end has been ripped from the venerable queen. Better to kill Orpheus than to risk the enemy wielding his power. Whether that enemy be Geith or the dead three. It's, uh, proof, okay. Es war gar nicht so schweres Gespräch, wie ich vermutet hatte. Moment, wer bist du denn? Ähm, hi. It's me, Yenna. You remember me, right? Ja, schon. Really nice to me before. And, ähm, my mom hasn't come back yet. She might come later. Oh. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? What harm? She's little. She won't take up much space. Or make much of a dent in our provisions. Ach, warum nicht? Na klar. You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank you, thank you. Oh, we have a new kitchen. Ähm, where are they now? I want to talk about the cat. I'm going to talk about the cat. I mean, the cat here. Häubchen. Hallo. Hallo, Häubchen. Please, don't look at me. I brought my own pairing knife. Now I just need some ingredients. And I'm going to make something really good. Da bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Da bin ich ja sehr gespannt. So was sagt man will eigentlich zu dem ganzen Scheiß, der jetzt hier abgelaufen ist. Loyalty is one thing. Willful ignorance is another. I'd like to say I respect Laysales choice. But her faith has turned into fanaticism. Always good to talk, my friend. No. Der... Ich glaube, in Hammers... ...mit den Leuten zu reden. Ich denke, dann können wir... ...mal die lange Rast ansetzen. Ah ja, genau. Da kam ja das jetzt. This will do. Take off your clothes. Tun, was ich gesagt. Wir haben gesagt, wir machen mit. Könnt ihr jetzt... ...ne? View discretion und sowas. Könnt ihr Nacktheit beinhalten. Einen nackten Halbling vor allen Dingen. Ein bisschen Missdirektion. Könnt ihr resisten. Was ist das? Gar nicht, das ist wunderschön. Aber es ist nett, dass du es sagst. Aber sie hat einen neuen BA oder was? Uh. Ich... Ich weiß nicht, ob ich das tun kann, jetzt, dass ich hier bin. Sie ist aber nicht ganz nackt. Wieso ihr spürt, dass ihr leichter werdet. Habt ihr Angst, euch nass zu machen? Doch, ihr könnt. Geht einfach weiter, bis ihr spürt. Nach allem, was ihr erlebt habt, habt ihr Angst, euch nass zu machen. Ja, das hört sich nach mir an. Und das dröhnen. Und die Dinge, die unter Wasser hängen könnten. Und das dröhnen. Und das kalt. Ich habe die dröhnen. Es ist echt dein Ernst, Mann. Geht mit es. Bevor ich meine Nerv. Oh hell, das ist kalt. Und das kalt. Und das kalt. Und das kalt. Und das kalt. Ich will nicht zurückgehen. Nicht nur noch. Das ist so eine... Jetzt fahr zu kurz zu Hause und so. So, kann ich jetzt noch eine Runde mit Schattenherz reden? Genau darüber wollte ich mit euch sprechen. Oh, ich habe keine Regisse, ich hoffe. Nein! Denkt einfach daran, wenn ich eine gute Schwimmerin werden wollte, braucht jede Menge Übung. Das hört sich viel besser an. Vertraue mir, ich werde ein egerer Pupil sein. Wenn ich einen hohen Lehrer habe. Also, ich finde immer Sand in mir. Ich wundere, was die anderen denken. Aber er hat sich jetzt graue Haare? Dass sie mitten in der Nacht Sandbogen gebaut haben. Aber natürlich werden sie. Ich hoffe, wir haben mehr Möglichkeiten, um weg zu fallen. Und um Sandkasteln zu machen. Ja. Darüber wollte ich noch kurz sprechen. So, dann gehen wir mal hier wieder aus dem Lager raus. So. Wo haben wir jetzt eigentlich überall Quests? Hier in der Seite gar nicht, ne? Ja. Ich leere Mord am Tempel der offenen Hand auf. Sucht Fragans Klitschen macht Gebrauch von Blumenschlüssel. Ja. Du hast alles, was du für den Supper willst. All die... Wir haben unseren Sonnen gesagt, dass das eine Freude ist, um die Wahrheit zu sparen. Wir haben nichts. Ja, okay, das kennen wir schon. Wir haben, glaube ich, schon geredet. Was geht denn hier? Was geht denn hier ab? Was macht denn die Faust hier? Du bist im Dienst. Da wird gefightet. Da wollen wir, glaube ich, nicht hin. Nicht so direkt. Ich glaube, hier waren wir zum großen Teil schon. Hier unten waren wir dann irgendwann nicht mehr. Never a dull Moment. Was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Gut. Du! Du bist ein wahrer Balderian. Ich kann es dir sagen. Du musst verstehen, warum wir diese Strahlen halten müssen. Wir sehen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Weil es so ist, es ist vielfältig. Es ist eine Stadt in ganz fair und wir sollten sie mit Stolz auf. Es sind doch keine Streune. Es ist eine deute Hilfe brauchen. Genau. Weg mit ihr Eindringeln. Das zählt ja wohl nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich war in den Stadtwäldern geboren. Ein Balderian? Frömer. Woher du aus bist. Es ist sicherlich nicht die Mannschaft. Vollidiot. Oder? Oh Gott. Nicht ein anderer Protester. Geh mit Nestor, wenn du musst. Ich habe viel auf meinem Platt mit diesen mühlen Geissen. Okay, wieso mit Nestor reden? Faust Ingram. Gott ist beschäftigt mit ihren Patronen und hat keinen Zeit für Eindring. Siehst du sie da oben? Refugee? Ha! Nicht nur ein Koffer. Ich weiß, was sie in Wirklichkeit sind. Die Wollagenten der Absoluten. Auf meine Worte. Hier ist was ganz anderes. Das ist hier. Gelobt seid ihr absolut. Glaubt ihr alle von den Flüssen überzeugte Absoluten? Es ist wahrscheinlich nur eine Handvolle von roten Apeln zwischen ihnen. Oder du weißt, was sie über roten sagen. Es verbreitet schnell. Es ruft die ganze Menge. Ach, ihr seid alle vollidioten. Wisst ihr das, ihr blöden rassistischen Schweine? Ich glaube nicht, es gibt keine Flamme für diese Flüchtlinge. Warum sagt das? Es sei bei weitem nicht genug Leute da, um den Flüchtlingen zu helfen. Sehe ich auch so. Oh nein. Ich meine, irgendjemand könnte zwischen diesen Flüchtlingen sein. Wir Balderians können nicht sicher sein, wenn so viele von ihnen römen mit unserer properen Supervision. Pfff. Wir hoffen, Archduke Gortas kann eine Unterschiede machen. Oh nein. Wir reden mal mit denen. Was zu essen dürfen wir euch aber anscheinend nicht geben? Ich habe nur einen Wäger verloren. Dank dir. Warum? Jemand, der glaubt, dass du nie schuldig genug sein würdest, dass du deine Gesicht in dieser Stadt wieder wieder zeigen würdest. Aber hier bist du. Und das Gold in meiner Hälfte wird schnell fliegen. Was geht denn ab? Seid ihr nicht ein Charit aus dem Kloster von Schottenherz? Es wurden über dich, Frau. Über deine Hoffnung. Deine Loyalität. Du hast dein Problem. Ich kann nicht helfen, aber zu fühlen, dass du die wunderschöne Schwung hast, als ich dir auf dich schaue. Ist das wahr? Hat unsere Frau dich versorgen? Ich weiß, dass meine Eltern noch leben. Sag mir, wo sie sind, und ich habe keine Quarrel mit dir. Ich habe Angst, dass die Quarrel unabhängig ist. Dank dir. Jetzt muss ich deine Reappearance informieren. Ich vermute mal, da wird ein Fight geben. Ich weiß nicht, wenn ich warst du, Herr von der Rack. Gib mir die Zeit. Ist das in Ordnung? Die Protestanten fortsetzen die Flüchtlinge. Es ist schrecklich. Ich hoffe, dass das Ilmater-Tempel wieder öffnet. Wir brauchen ihre Hilfe hier. Ach, der Tempel, wo sonst die Flüchtlinge drin sind, ist geschlossen. Deswegen sind die alle hier. Shit. Ich darf, glaube ich, euch auch nicht überzeugen, abzuhauen. Ich darf euch, glaube ich, nicht überzeugen, abzuhauen. Aber ich fühle mich sicherer. Wenn sie ein paar Stel-Watze genommen haben, er hätte die... Oh, Moment. Dich kennen wir. Hallo, Mattis. Ich bin relativ sicher, dass ich dich kenne. Du hast mir einen richtigen Weg, all diese Ghouls aus dem Moenreis. Das alte Katerik hatte ein paar fancy Schmerzen, die hinter all den Cobwebs und Pfeilen von Gorn. Ihr habt die Türbe des Mondhofs ganz geplündert? Ich habe gedacht, wir haben nur die Schmerzen, die du nicht hast, die Kraft zu tragen. Was hältst du für bald das Turm? Wir sind hier draußen, aber die meisten der Aktionen ist außerhalb der Worms-Kröse. Zeig dir mal die netten Plunde. Wenn du alle so stark wie du bist, schau dir einen Blick. Was? Kurve-Zeichen. Segen der Rabenkönig. Solange das Amulett getragen wird, sind Sprungweite und Flugbewegungsrate des Trägers erhöht und er kann Federfall wirken. Der Effekt von Federfall bleibt bestehen, solange der Träger verwandelt oder in Tiergestalt ist. Verwandlung Schreckensrabe. Ha! Das hätte ich ganz gern. Bin ich ehrlich. Weil, ich meine, ich habe jetzt ein Amulett, um meinen Zauberplatz wieder aufzufüllen, aber danach kann ich ja das benutzen. Süßt ja eigentlich ziemlich geil an. Ähm, guck mal, wir haben ja sogar Sachen zum Gegentauschen. Hört sich doch sinnvoll an, wahr? Mal mich eine Sedonitenbrusche. Polierte Halskette. Schlüsselweite hier. Silberkette. Irgendwelche Ringe hier. Elixielder Hügel. Riesenstärke, glaube ich. Auch nicht so viele. Trank des Federfalls. Trank des Federfalls. Golem beschwören. Nur im Kampf verwendbar. Schwört Balthasar das Fleischgolem im Kampf. Diese Gegenstand funktioniert nur bei den Proben der Schar. Basiliskenöl. Wandel eine versteinerte Kreatur wieder zurück in ihre organische Gestalt. Wir haben keine versteinerten Kreaturen bisher getroffen, soweit ich das gesehen habe. Soweit ich das gesehen habe, hatten wir keine versteinerten Kreaturen. In der Träger Zauberstaden bewirkt, während er eine Lichtquelle erhellt ist, bewirkt er aus dem 2 Zügel eine Leuchtkugel beim Ziel. Das ist nicht so spannend. Wegschieben. Gegen blinde Träger kann ich blind werden. Wenn ein Gegner bei einem Rettungswurf gegen einen Zauberer oder eine Aktion scheitert, erleidet es zu momentaner Erschöpfung. Spritze. Künstlicher Egel. Schwert der Schreie, Hastschworn, Ferment, Sumpfgrün, Frostbrinz, Eismesser. Tierfreundschaft. Tanzende Lichter. Hm. Ich glaube, die Kappe des Zorns verkaufe ich jetzt mal. Die habe ich schon ewig rumliegen. Sonst noch was? Heilige Hans. He. 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 Aha. Krotisch Resistenz, die Waffen. Die hat schon eine ganz gute, ganz gute Variante und so. Das ist ja nett von ihr. Kann weiter springen, finde ich gut. Weiter springen, finde ich gut. Hallo. Spenden für wen? Wir müssten mich in die Scheune lassen und verzögelt in den Spenden. Spenden könnte sich etwas gefährliches finden. Ich möchte meine Spende selbst in die Scheune bringen. Reicht. 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 Genau. Well. If you must. I suppose it saves me the walk. But if you gonna do it, hurry up. So, wir dürfen rein. Sehr schön. Oh, hallo. Wer bist denn du? Not sure, why you were so keen to get in the barn. But if the man says so. Okay, wir dürfen aber rein. Schlagnahmende Scheune. Ähm. Hallo? Okay, cool. I hear you been given permission to be here. Don't disappoint me. Don't disappoint me? Wenn den wir klauen, oder was? Hm. Okay. Huch, Kamera. Okay, es gibt einen Hintereingang. Von dem Ding. Geh langsam. Dieses Ort ist gefährlich. Du suchst die verdächtigen Spielzeuge. Entschärfen. Warum schon? Schaffst du doch, Astarion. Ganz entspannt, oder? Ja, genau. Ganz entspannt. Kannst du bitte mir einen Hintereingang? Ich bete, dass deine Arme so knackig sind. Wer ist da rummaging da drin? Schau dir selbst. Du hast zwei Sekunden, um dir selbst zu erklären, bevor du unter Arresten bist. Ich hätte mir einen Sprengstoff gefunden. Aber keine Sorge, ich konnte sie entschärfen. Was? Das sind Kindergarten. Das bedeutet, wenn ein Kind einen abgeholt hätte... Ich will nicht über das denken. Wir haben dir gerade einen Arsch gerettet. Du bist nicht derjenige, der diese Explosiven plantet. Das ist gut. Ich suche nach etwas, das ich stehlen kann. Ich wollte nur sehen, was ich denn hier in den Schäumen finde. Wieso sollte ich meinen eigenen Sprengstoff deaktivieren? Ich will bloß rauskriegen, wer dafür verantwortlich ist. Ich wurde vom Rad entsandt, um hier denn statt Dinge zu überprüfen. Warum rede ich denn jetzt mit ihr mit ihm? Oh, nö. Ja, GG. Oh Gott. Ja, ein 20er. Ja, klar. Ich hatte ein Gefühl, dass etwas in der Bar war. Ich wollte sicher, dass niemand verholt wurde. Schau mal, wenn du musst. Ehrlich, in Person kann man Nitro und Bendis inspiriert. Nice. Das ist so, dass man jetzt nicht traut und Bendis inspiriert wird. Ich kann es nicht geben. Das ist so, ich kann man Nitro und Bendis inspiriert. So, jetzt darf ich hier mal gucken. Überraschungs-Teddy. Dieser Teddy-Ber steckt voller Sprengstoff, trotzdem niedlich. Darf ich die jetzt nehmen? Ja, der hätte es die Leute ziemlich zerlegen können. Es ist so, dass wir hier um eine Pferdkacke patrollen. Ich bin froh, dass ich nicht verholt wurde. Bestens, deine Hand zu dir selbst. Okay, das mag aber jetzt nicht. Okay, das mag nur das. Gut, dann gehen wir jetzt hier weg. I guess. Wir haben die Sachen jetzt geholt. Rebella hat gelernt, wie sie ihre Kräfte condänen kann. In der Notwürze mit ihrer Magie. Hellsinn ist dankbar, dass wir geholfen haben, das Leben zu schützen. Wir können auf jeden Fall weiter mit dem Droiden-Zugriff ziehen. Wenn wir sie brauchen, wurde es zu einem treuen Verbündeten geworden. Aha, wir sammeln Verbündete, die in der Pressebrief erwähnt wurden. Arfur hat sie mit Sprengstoff versehen. Wir sollten uns anhören, was er dazu zu sagen hat. Arfur? Wer war denn Arfur? Who the hell is Arfur? Oh, hier gibt es auch einen Eingang. Oder? Ist das ein Eingang? Ne, hier kann man nicht hin, ne? Darf man nicht lang, okay. Das ist kein richtiger Eingang. Ja, man kann sie halt hier ein bisschen vorbeischleichen. Glaube ich. Wer war denn Arfur? Warst du Arfur? Ne, ne, ne. Wer ist denn Arfur gewesen? Aber hier ist ja keine Markierung, mit wem wir reden sollen, würden sollen. Ne, ich wollte da rein. Arfur´s Haus. Achso, das ist der, den wir verdrängt haben. Der ist glaube ich K.O. geschlagen Ich glaube der kann nichts mehr dazu sagen Ha Ha fällt mir gerade ein Wir müssen unsere Katze wieder aktivieren Und wir müssen Mit hier entsprechend wieder aktivieren Wir wissen halt nicht mehr wo Afro ist Das ist so ein bisschen der Knackpunkt In dem Ganzen jetzt Katze hat hier eine Fährte Zirkusplakat Der Zirkus des letzten Tage hat zurück Sieht Drian's Gin Und der Clown Zurück mit einem neuen Rack Also 15 ist jetzt was Schon das was er so ziemlich im Schlaf macht Schön ist ja kein Wenn ich hier reinranne Will zur Truhe im verlassenen Haus Gegengift Wermut Sieht ein bisschen aus wie ein Hexenhaus Jetzt mal ehrlich Hackball, Kartoffel, Kartoffel, Knoblauchstück Beere, Goss, Blau Astarion, danke fürs davorstellen Sehr nett von dir Sehr sehr angenehm Karotte Kartoffel, Kartoffel, Knoblauch Und ein paar Regale Geliebte Söhne Ist das eine Notiz? Ich warte nicht bis die Kultisten absolut mich schnappen Ich mache mich auf Mich auf zum Hohen Holz Sucht mich am Angelloch Wo wir den Knochenhecht gefangen haben Es ist nicht viel Aber ich habe euch alles Gold entlassen Ich schlage mich ohne durch Stattet euch aus Und verschwindet Ehe es zu spät Es denkt an eure Ausbildung Und Kasteve Schluft beim Geh nicht mit den Füßen Ihr hinterlasst eine deutliche Fährte Aha Ups, ich habe hier ein Federkirr eingesteckt Traps Uh Traps Dann entschärfen wir doch mal wieder Gerade so, aber Es reicht ja noch Wir müssen gar nicht schlossen Einfällen wir gerade ein Wir haben den Schlüssel gefunden Wir haben doch den Schlüssel gefunden Und Färbemittel dazu bekommen Wir klauen den armen Leuten einfach das Färbemittel Und fallen in ein schärfer Werkzeug Uh Mutter von Halbling Moxys Mixiologie-Tagebuch Schon mal hinten kurz geschrieben Bei Johann Döldermann Nehmen wir mit Baldos Ton Dialekte des Plünderns Wer ihr also bewusst ist, dass ihr Reichtum auf Blut vergießen wäre Blablabla Kennen Sie diese hinterlande Neuauflager Es ist aber alles nicht so spannend Sind wir ehrlich Das sind einfach nur Bürger Was ist denn hier für eine Seitengasse Göttliche Führung hat sich aufgelöst Hier ist wieder Werbung für den Zirkus Oh, in Wufi Wollen wir Stöckchen spielen Äh, aber sonst Bist ein braver Hund Bist ein braver Hund Bist ein braver Hund Bist ein braver Hund Ich habe ja gar nicht gesagt, dass er irgendeinen Hund streicheln will So oder so Einen schönen Hund Bist er Wenn schon einfach das streichende Hund ausstreckt Kann ich mir vorstellen, wie nervös ihn das Lager macht Ich habe gar nicht gesagt, dass ich einen Hund streicheln will Aber ihr habt einen schönen Hund da Was ist denn dein Problem mit dem Hund? Sympathisch Oh, 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 oh Hier geht es Hier kommt es Ja, ja, ja Ja, wunderbar Perfekt Naja Naja Oh, 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 oh Kann ich das immer wieder machen? Kann ich Ja, ja, ja Ja Was, wenn ich mir weggehe Oh, oh, oh Oh, oh Was ist dein Tief? Ich kann mich nicht glauben Vielleicht nächste Mal Muss ich mehrmals ansprechen, wenn ich hier mitkrieg was anderes geht? Ich hab'n Hund dabei! Kann ich mit dem, mit dem reden? Nee, mit dem kann ich reden. Sie holt sich ne Katze, damit er seinen scheiß Hund... Natürlich. Was? Was? Was geht denn ab bei dir? Was ist euch zugestoßen? Naiv so. Let me tell you a story. A perfectly respectable businessman wants to bring his business into this fine sea. And what do they do? They talk some absolute horse bollocks about papers and correct filing procedures and threw me in this slump. I should be loins deep in Charest is caress by now. Okay, was ist denn dein... Okay, jetzt mag er nicht mehr mit uns reden. Ich wollte wissen, was sein Unternehmen ist. Hebe nochmal mit allen Leuten hier so. Hallo! Nein, nein, nein. Wir müssen Grunsch in die Stadt bekommen. Aber er ist in der Form, um zu gehen. Ich frage mich. Was, wenn wir ihn in einer großen Barrel schrauben und ihn schrauben? Nein. Warum müssen wir... Gregor schlau und Nellos schau? Ich weiß nicht, wie wir Grunsch in die Stadt bekommen. Wunder wie er ist. Aber wir müssen. Was, was du brauchst? Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Aber die sprechen ist schmerzhaft. Wunder wie die Wunden mal sehen. Kann ich so schwierig sein. Ja, easy. After a quick examination, you conclude that your patient is pretending to be wounded. You wonder why? Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. So loud. If those Lads find out, I'm fake him, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, I'd miss them. I don't really have any other friends. And... I like those Lads. So I think I'll stick around the world more. Hmm. Er gibt's vor, damit die hier nicht abhauen. Das ist ja auch eine spannende Begründung. Was geht denn hier am Riesenfeuer? Ich kann sie nicht abhängen, ich kann sie nicht abhängen. Meine Sister-in-Law. Alle Lesen und keine Sister. Moment, bist du dann? Bist du die Frau? ihr habt euch alle richtig lieb hier das ist ja so gut hallo ich kann auch oder du warst der der gekämpft hat mit will du warst der damit will gekämpft hat ich kenne glaube ich auch wie geht es euch denn nicht wieder aufgetaucht ja es ist ja nicht ganz klar wie ihr in die stadt dürft es ist ja es wird schon noch das ist der hintereingang so wie pennt jemand kröthauch hallo das tut mir leid made was geht mit dir machst du einfach nur okay du wirst zwielichtig ist mehr ehrlich moment wir wissen du bestehst ja halb nackt rum was sind ja echt die kinder rum Geh geblieben! Ihr könnt euch wohl nicht catchen, das mag sein. Okay, dann gehen wir hier hoch. Hier unten haben wir uns, Moment, haben wir uns hier unten angechaut? Alter, wie groß ist das denn hier? Wait, warum ist hier Blut? The fuck? Take the wood from the cart too. They'll be good for a fire. If nothing else, find us bloody keepers, I say. Bloody savages, they love them. We're as desperate as the rest of these savages. They just had the sense to move quicker than us. Was ist denn hier passiert? Hallo Leute. If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuff in their pockets. Bloody animals. Ihr würdet irgendwie überfallen, oder? We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. Ey, ich... Ich brauche gar nichts davon, ganz entspannt. Back off, I found these apples first. Uff. What's in here? Oh. Look at that. Oh, wieder was verstecktes. Buddel, Buddel, Buddel. Heilender Trank. Heilt die Zustände blind, verstummt, gelähmt und vergiftet bei Kreaturen. Katzen haben wir gefunden. Danke für den Hinweis. Was ist denn hier? Schrauben, woher du aus diesem Messen kannst. Wir werden etwas davon machen. Weil warum sind hier so viele tote Hühnchen? Das irritiert mich ein bisschen. Überall sind tote Hühnchen. Was ist mir angewöhnt, dass ich hier einfach klicke, um weiterzulaufen. Hallo. Schöne Tag, Fritti. Du musst Dinge genießen, während sie last sind. Ich glaube. Ähm. Kann ich dir helfen? Das ist ein privates Picknick. Ich könnte Sachen klauen, aber das will ich jetzt mal nicht machen. Ähm. Pumpe die Pumpe. Nachforschung fehlgeschlagen. Kann ich das nochmal machen? Ne. Nachforschung fehlgeschlagen. Nachforschung fehlgeschlagen. Okay, hier ist irgendwas. Aber ich kann nicht bestimmen, was hier merkwürdig ist. Da brüllt jemand drin. Wir müssen da rein. Wir müssen Leute befreien. Hier gehen Dinge ab. Hier wurde gebrüllt. Hier wurde gebrüllt. Was geht hier ab? Ich kenne da die Windmühle. Ich kenne da die Windmühle. Da pennt jemand. Gedankenschinder? Du fuck? Der hat sich gerade verwandelt, oder was? Das ist das unkönchliche Körper eines Mindflayer. Glistend und roh. Ein Neubborn. Unattentiert. Wie glücklich. Ich bin auch im Verstand mit diesem jungen Aberration. Weckt sie. Heimlichkeit. Dich davonschleichen. Die Kreatur angreifen. Bevor es fühlt sich nicht wie ein Glücksfall an. Ich nehme lieber meinen Patron. Der entscheidet irgendwas mit den Mindflayern zu tun hat. Komm nicht näher. Du. Du. Was bist du? Was fühlst du? Was fühlst du? Du bist wie ich. Du bist wie ich. Wie ich war. Ein Wessel, noch um sich zu transformieren. Jaa. Das ist super. Das hat sich verändert. Seine Körper ist weich. Seine Potenzial ist reich für die Harvestung. Ich will aber gar nicht Harvesten. Geh auf. Kill es. Absorbe seine Macht. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Ich bin so... hungry. Habt ihr so geschrien, dass sie sich in den Hül betreten? Mhm. Ich hasse Fruchtfliegen. Sucht euch selbst etwas zu essen. Selbst geschwächtet ihr mächtiger als alles andere hier. Ich arbeite nie umsonst. Ich kann euch einen frischen Leichnam bringen mit intakten Gehirn. Will ich wirklich nen Mindflayer? Sympathie. Wir wünschen uns, den älteren Gehirn zu zerstören. Nicht umsonst ihre Gehirn zu zerstören. Wir probieren das jetzt mal. Wir geben dem mal ein Gehirn. Äh... Eine letzte Aufforderung. Eine Nachricht, die Müller auffordert, seine Schulden zu bezahlen, weil ihn sein Gläubiger sonst hinauswerfen und sie Müde selbst nehmen. Lass uns mal schauen. Okay. Hier wurde aber schon nach einer Weile lang nicht mehr großartig was gemacht. Übrigens kannst du wieder kurz Licht auf mich wirken? Sol Invictus! Dankeschön, damit ich hier wieder ordentlich übersehe. Wenn ich als Ben hier rumlaufe. So schnell wie meine Füße mich anziehen kann. Gut, dann versuchen wir mal den... Wir hatten ja nen Leichen am Ausgebot. Versuchen wir mal den zu holen. Und die wieder herzubringen. Ich meine, der ist ja eh schon tot. Das macht jetzt nicht so viel kaputt. Muss halt Kalach tragen. Der war doch hier hinten irgendwo auf dem... Wo ich mich richtig dran erinnere. Hier hinten auf dem Friedhof war doch ne Leiche. Und ich glaube, genau, Kalach könnte den noch tragen. Moment, ist er jetzt überladen? Das wär blöd. Hier ist sie. Ähm. Jetzt nicht mehr. So, jetzt müssen wir jetzt natürlich zu Dingens zurück. Wo ging das hin? Irgendwo hier ganz hinten. Wir sind immer nett, wir helfen auch Gedanken schindern. Vielleicht helfen die uns ja dann im Kampf oder bei der Befreiung des Elder Brain. Weil das Elder Brain die wahrscheinlich kontrollieren können sollte. Moment, Luca. Ähm, wir wollen hier hoch. Wir haben nur nen Leichner mit der Tasche. Nix besonderes. Ich brauche mal nicht hingucken irgendwie. Okay. Wir haben nur noch einen Weg. 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 Die Leiche anbieten, die du gerade trägst. Äh. Die Leiche anbieten, die du gerade trägst. Da bin ich jetzt gespannt. Ich fühle die Leiche anbieten, die Gäste nachvollziehbar. Du fühlst die Leiche anbieten. Du fühlst die Leiche anbieten. Moment, aber jetzt dauerhaft? Ne, Fetervoll haben wir nicht. Wir sind nicht immun gegen Sturzschaden. Unlocking a new secret? Auswege von Sharn, davon überzeugen, Sharn's Wünsche zu ignorieren und Nachtlied zu befreien. Catholic Turm, besiege Catholic Turm, finde ein Heilmittel. Zu suchen, wir müssen weiter. Rette die Tieflinge. Den Turm wurde gar nicht gefunden. Schattenfluch auf, töte Raphaels alten Feind. Strafe des Böse, wecke Kalak. Der Gedankenschinder gewährt uns ein Segen. Psyonische Kräfte. Ich hab's verpasst? Wo hab ich denn jetzt Psyonische Kräfte? Ich hab keine Psyonischen Kräfte bekommen, oder ist das einfach der gleiche Schutz, die Gedankenbarriere? Das wird mich irritieren. Lass mich ein kleines Psyonischen Kräfte haben, nicht wahr? Hm. Ich kann nur jetzt sprechen, sorry. Wir haben eine Kratzer schwindende Fährte gehabt. The fuck? So, hier oben kann man bestimmt ganz hoch, ne? Logisch. Schauen wir uns mal da ganz oben um. Hallo? Ich war hier noch nie. Kinderbild. Hm. Irgendwie kommen wir noch da hin. Das ist auch das, was wir unten gesehen haben. Am Ufer. Das ist so eine Art Vorstadt. Wo wir noch nicht waren, glaube ich. Ja, aber hier waren wir auch noch nicht. Hallo? Scheiterhaufen. Was geht denn hier ab? Der Hörter hat nichts zu sagen. Er scheint andere Dinge auf seinem Kopf zu haben. Was jagt denn hier, wenn ihr Jäger seid? Rechtei, Hathran Rust. Mein Freund aus der Hag-Swamp. Ihr seht uns, als wir unsere fallen tot. Du bist eine blöde Licht auf einem dunklen Tag. Auch du, mein erstwilder Quarry. Oh, stimmt. Hallo wieder. Frey, Valdiskdorovna. Was geht denn ab? Frey, Valdiskdorovna. Valdiskdorovna. Ich fühle mich, dass wir intrudern sind. Wir sollten schnell gehen. Schau dir selbst. Du wirst nicht verharmt werden. Unsere Lieder hat auf den Hunt. Sie war nur mit dir zu sprechen. Da bin ich jetzt gespannt. Die Monsterjäger wollen mit unserem Vampir reden. Was wollt ihr von Astarion, wenn er einen Scheiterhaufen werfen würde, bin ich dabei? Was wollt ihr von Astarion? Bist du sicher? Bist du sicher? Hmm, fuck. Es war von seiner Seite mehr Glück als Verstand. Eine ist nur so wichtig als die andere, die ich finde. Und unsere Glück war schlecht. Wir haben versucht, unsere Kinder zu retten. Wir haben versucht, unsere Kinder zu retten. Wir haben versucht, unsere Kinder zu retten, um zu retten. Das ist auch, dass sie zu retten. Aber wenn sie ihre eigene Leitungen erreichen müssen, jemanden erinnern kann, er würde erbauen, er würde erbauen, und ihr in den Gegend. Und was in den vielen, du könntest, was wir nicht tun können. Du könntest retten die Kinder, du rehberst. Aber wir wollen hier sowieso angreifen. Wie könnte er sicher sein, Astarion? Ich habe zwei Hundert Jahre gebracht, um ihn zu verabschieden. Jeder und jeder wurde weg, um die Nacht zu verabschieden. Aber du hast ihn selbst gesehen. Er könnte die Kriegen für die Tage, bevor sie sie töten. Ich weiß, dass unsere Schmerzen ist. Aber wenn es noch eine Chance gibt, dann müssen wir sie nehmen. Wenn unsere Kinder wirklich verabschieden sind, dann fragen wir für Blut. Ich weiß, dass du das verstehst, Spawn. Äh... Er schuldet ihnen Rache-Astarion, das ist das Mindeste. Ich glaube. Ja. Ja. Revenge. Ich kann es tun. Danke. Von mir und all meinen Leuten. Wenn du das tun kannst, werden wir in deiner Schuld. Ja. Du hast ein Leben von Gewalt und Schmerz. Du hast verabschiedet, verabschiedet, verabschiedet und verabschiedet. Du hast das nicht verabschiedet. Du hast das nicht verabschiedet. Hm. Hm. Wenn du mich versuchen würdest, zu empfehlen, dann fühlst du abschiedet. Ja. Es wird ein Start sein. Du kannst noch verabschiedet werden. Oh. Nice. Zeit ist kurz. Aber wir sehen uns wieder, wenn es fertig ist. Ja. Feierlicher Abschied. Feierlicher Abschied, Karl. Lacher ist inspiriert. Geh nicht hier und warte. Cazador muss verabschiedet werden. Ich wollte auch nicht mit euch reden, ehrlich gesagt. Geh, dann speichern wir das auch nochmal. Darf ich jetzt mit euch reden? Es ist gut, dich mit uns zu haben. Es ist etwas, das in dem Herzen der Stadt ist. Und es braucht Verabschiedung. Ich würd gern Karlach irgendwie. Wir haben nämlich noch höllisches Eisen. Sieht ja noch aus. Du hast einen spannenden Bogen. Oh, das ist... einen Stamm. Ich wünsche dir, du wirst erfolgreich sein, wo wir verabschieden. Exterminiert jedes letzte Vampire-Parasite. Keine Stamm von Monsterjägern. Keine Schreibern. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Es gibt nur noch Schmerz. Und Schmerz. Du siehst aber anders aus aller anderen. Was geht mit dir ab? Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Okay. Die Tür darf ich wohl nicht aufmachen, zwei euch. Ja gut. Habe ich euch euch also auch noch hier oben gefunden. Da war das. Das haben wir hier aufgebuddelt. Da oben waren wir jetzt glaube ich schon, ne? Genau, das hat er mit dem Kinderding. Kratzers Fährte. Kratzer. Das ist doch das, was wir schon kennen. Wollte bin ich doof. Das, was wir schon kennen, sagt er auch an. Okay. Wir sind jetzt im Moon wegen Falsch. Das ist wohl jetzt auch ziemlich nice. Hier ist überall was von dem Zirkus. Hier ist auch wieder ein zerlegtes Hühnchen. Hörn, eines naiven Idioten. Im Pflegebuch berichtet von einer langen und beschwerlichen Reise. Sprechen darüber zu gewonnen. Sie werden euch mit offenen Armen empfangen, haben meine Vettern gesagt, im Tor hin. Halia Luxan. Im Tor hat jeder ein Zuhause. Siebzehn Tage bin ich marschiert. Siebzehn Tage mit ihren heulen Gören und ihrem Pisse gestank. Siebzehn Tage Wolfsgejaula an jemaligen Feuern sitzen. Und trotzdem stinkt es noch so. Natürlich haben sie uns nicht in die Stadt gelassen, als wir angekommen sind. Haben uns in einer Lager voller Heulsus und Waschlappen gefärcht. Ich habe genug von ihnen, von ihrem Gejammer, von der ungeheuren Frechheit ihrer Anwesenheit. Wenn ich schon außerhalb der Stadt darmen muss, dann richte ich mich in einem Hühnerstall ein. Riecht jedenfalls besser als diese zugeschissenen Weicheier, die angeblich meine Vettern sind. Es geht den ähnlichen Tod weiter. Aha. Da ist noch ein Rucksack. Ein Ball und eine Laute. Brauche ich beides nicht. Ich habe glaube ich genug Bälle. Hm. Also hübsch ist es immer noch. Es ist immer noch unfassbar hübsch. Das Spiel. Und überall gibt es irgendwelche. Und überall gibt es irgendwelche. Schlüssel des Schwertküstenkurier. Schwertküstenkurier haben wir Schlüssel bekommen. Du warst durch, Xande. Mehrfach sogar. Geht es einfach hier rein damit? Anscheinend. Bin nicht eingebrochen. Nicht wirklich. Sollten hin uns die Tür wieder zumachen. Hier geht nichts. Damit hier keiner reingucken kann. Äh. Ähm. Hallo. Pigeon sind sehr sensitiv. Sie können nicht direkt fliegen, wenn sie zufrieden sind. 2,3 mal bisher. Zutrittsverweigerung. Das darfst du schon einführen. Die flammende Faust muss euch leider mitteilen, dass euer Antrag auf Einlass nach Baldustrop abgelehnt wurde. Begründung des Zutritts angeholtzen. Ausweichende Antworten auf Routinefragen. Verdacht auf Verbindung zu einem Kult. Zweifel an der wirtschaftlichen Fähigkeit. Die Anträge können nach dem 10. Tag eines erneuten Antrags stellen. Allzu häufige Anträge werden jedoch als Belästigung angesehen und können bestraft werden. Papsi und ich könnten unser Glück kaum fassen, dass wir dich als Schülerin in unserem Internat und Profis unterbringen können, bevor die Stadttore wegen dieser Flüchtlingshilfe versiegelt werden. Das hat uns zwei Arme und ein Bein gekostet, doch wenn es dafür sorgt, dass du in den Mauern der Stadt bleibst, bis die Gefahr vorüber ist, dass unser Ehreleben passiert. Mach dir um deine Eltern keine Sorgen, wir sind Remington recht sicher, solange die Stahlwache uns beschützt und was auch geschieht, was du auch hörst, komm bloß nicht auf den Gedanken, die Stadt zu verlassen. Zu wissen, dass du in der Akademie in Sicherheit bist, hält uns jeden Tag am Leben. Darf ich das mitnehmen? Ich bin ein Briefbote. Und ehrenwerten Fürstenhaber fortgehst. Euer Ruf, als wollte die Adeliger, ist weit über die Mauern von Baldurts Tor bekannt. Eben jene Mauern, welche meine Familie vor dem Zorns absolut beschützen würde, könnten wir doch nur Einlasse halten. Die flammende Faust im südlichen Teil der Wörnbrücke weigert sich stand auf uns passieren zu lassen. Ich gehe euch an, euren Einlass geltend zu machen... Ja, okay. An den Einstellungsverhandlichen Gießerei Stahlwache. Ich bin erfahrene Schmiedehelfer und sitze momentan im Remington Fest, gehe aber davon aus, dass ich bald Einlass in die Stadt erhalte. Ich hoffe, dass ihr wieder gestattet habt, mich in eurer berühmten Gießerei vorzustellen. Ich werde nämlich Arbeit benötigen. Hm. Zutrittsverweigerung. Können wir mal mit den Tauben reden. Hallo. Name und rank. Pick mich jetzt. Es ist eine Krieg drin. Leute und Ben melden sich zum Dienst. Das ist... Das ist... Ich bin Kommanderer Leitfeld. Lieder des finesten Aerial Kommunikation Regiment. Diesen Seite der Triompher. Ich habe Briefe gefunden, die einige euren Vögel bei sich trugen. Leider haben sie es nicht überlebt. Ich habe es nicht überlebt. Blöde Schade. Das ist die Natur des Krieges. Mach Ihren Report. Wie hat die Krieg geschehen? Ich habe es nicht überlebt. Ich bin entschrecklich mehr, dass du den Tod überall blutend Federn... ...von einer fliegenden Katze gefressen... ...von einer fliegenden Katze gefressen... ...nein. Wir haben eine verfliegende Katze. Aber wer haben eine fliegende Katzenvogel Rekrut? Skala ist inspiriert. Oh nein, so. Hm, ein bisschen wetter unter der Wange für unsere Unit. Der Kommander wird schnell dich ausreiten. Wie gut ist das denn? Ich habe keine Wange, Mann. Kommander Lightfeather wird dir deine Briefing. Kommander Lightfeather. Komm, raus! Bevor ich dich getroffen habe. Okay. Ich muss sie nicht schütteln, ob sie hier reingekommen sind. Keine Rede, du hast die Zähne. Das war Bullshit. Na gut. Dann gehen wir wieder runter, würde ich sagen. Nein. Ich will nicht mit dir reden. Ich will runter... Ich will runtergehen. Danke. Okay, dann sollten wir vielleicht nicht hier ran, weil hier ist ja offensichtlich Lichtbereich. Hallo. Ah, ein neues Gesicht. Etwas, was zu senden? Dope. Willkommen zu Sword Coast Couriers. Um zu senden und zu servieren. Delivery, nicht garantiert. Oh Mann, ich habe leicht noch eine Kurier gefunden. Er trug diesen Brief bei sich. Oh. Er weiß sogar was. Ich bin ein Postmaster, Danzo. Es wird einfach sein. Niemand hat dich niemals geholfen, um deine Nacht zu spüren, für Pigeonkarkasen zu spüren, oder? Du hast den IC abgeteilt. Okay. Well, lasst uns zu spüren. Geh an, erzähl mir, wie viel euer Silenz mir kostet. Bisschen nicht käuflich. Ich bin damit, eure Finger zu brechen. Alles, was ihr habt. Ich benötige eine Menge Gold. Ich habe ihn nicht gelesen. Ich bin nicht hier, um euch zu erpressen. Ich glaube, ich brauche ganz schön viel Gold, damit ich das vergessen kann, was da drin ist. Oh shit, ist gar nicht so einfach. Schade, da kriege ich wohl nicht viel. Das würde ich einfach mal so lassen. 20 ist gar nicht so einfach. Jetzt habe ich die Sachen nicht gelöscht, gelesen habe. Moment, aber warum... Bring die Briefe zum Postmeister zurück. Ich kann sie nicht zum Postmeister zurückbringen. Mitarbeitergehaltsliste, Posthauszustellungsbeschwerden. Ich kann sie nicht zurückbringen, auf wo ich die Quest jetzt habe. Wir haben die verscholten Briefe. Postmeister Danze wird zufrieden sein. Nein, wird offensichtlich nicht. Das wird nicht gut funktionieren. Stellman ist tot. Wer ist denn Stellman? Ah, fahren die Abis. Ich glaube, du willst alles über den Stellmanen-Mörder wissen. Das heißeste Thema in Rivington. Außerhalb von dem Kampf der Absoluten Armee, ich glaube. Ich glaube, ich habe die heutige Edition der Baldur-Mörder-Gazette hier. Willst du einen? Ähm... Ihr wisst, dass ein Mod nichts Gutes ist. Mir hätte dann einen Tick über die Armee absoluten mehr interessiert. Habt ihr den auch? Ich nehme einen. Dann lesen wir das doch mal. Wenn unser Patron hier sagt, hey, wie wär's? Ritualmord und Herzogin Stellman in der Taverne Elfgesang. Weiterhin ungeklärt. Was man dann so Bogen macht unter Druck, was geschieht mit unseren Briefen? Spendenaktion im Flüchtlingsjahr. Jedes Jahr bezählt. Tipps zum Geldspornen von Bloris. Wachsende Spannung zwischen Baldurien und Flüchtling. Wir können das nicht riskieren. Spuren in der Absoluten aufzunehmen. Kröne Gotta steht bevor. Erlebt den Aufstieg des ersten Erzherzogs von Baldurs Tor. What the fuck? Was geht denn hier ab? Hallo. Hallo. Wenn du dich für die Ill-Martyrs-Charität hast, dann bist du aus Glück. Sie haben ihre Beine auf uns gelegt, wie alle anderen. Moment, kennen wir euch nicht? Nee. Die Priester werden das Tempel wieder öffnen. Du wirst sehen. Die guten Menschen. Heilige Menschen. Ich würde sagen, da waren wir doch aber schon drin. Ich würde sagen, wir machen mal ein richtiges Speichern und ein kurzes Päuschen. Also in OBS sah es halt schlimm aus, weil es permanent ins Rote geklippt ist. Er hat immer angezeigt, er würde wieder rausklippen aus dem oberen Bereich. Er hat mir auch noch ein bisschen was zu lassen geholt. Hallo. Woher man schon wird, du kommst? Ich... Ich... Ich will nicht sprechen. Mein Herz ist in Mördung. Hm. Mein Beileid. Danke, Stranger. Vater Lorgans Passung hat uns alle verletzt. Passung? Er wurde verletzt. Von einem der Fugitiven, die er erlangen hat. Bill, ich beglebe dich, bitte. Ich meine, war das nicht der Typ, der in der Küche war? Jetzt geht grad rechts. Wir haben das nicht geklautzt. Wir können nicht wählen und wählen, wer wir älten. Hm, das klingt nach einem... Als wäre unser Gott stolz auf Vater Lorgans. Danke, Stranger. Warum nur für uns und nicht für die anderen Flüchtlinge? Wir haben alle genau das, genau das, genau das. Oh. Hallo. Gibt's einfach mal Wasser? Juhu, duschen. Baden. Yay. Ähm, kratzerst Pferde. Kratzer hat eine Pferde. Oh, die Pferde ist aber weit. Kratzer ist Pferde. Achso, das ist das, was ich schon verkackt hab. Okay, er sagt da. Ähm. Haben wir keine Schaufel? Kann ich nicht richtig tippen? Hm. Wir hatten aber irgendwann mal eine Schaufel, auf jeden Fall. Weil wir haben ja schon eingesetzt. Trägt die jemand anders? Trägt die jemand anders? Du nicht, offensichtlich. Du hast die Schaufel. Willst du tanzen? Aha. Nice. Ist das Blatt? Nein, nicht mehr. Nochmal eine Schriftrolle Steinwand. Wir haben es. Danke, Kratzer. Haben es gefunden. Haben es gefunden. Okay. Die Frage ist, kann ich hier im Tempel jetzt noch mehr tun? Mit dir haben wir, glaube ich, gesprochen. Du warst die, die gesagt hat, hey, red mit der... mit der einen Tante da, mit der... die das offiziell untersucht. Okay. Moment. Wir sind wieder... Ich wollte aufs Dach gucken. Ach, dammit. Wollte aufs Dach gucken. Ähm, hallo. Willst du alle, bitte, stopp von der absoluten Armee. Lord Gortash wird es alles ausführen. Du siehst. Oh, wir haben, dass er mittendrin steckt. Die absoluten Armee ist auf unserer Türsteine. Willst du leben? Ich will das verhindern. Dass immer im Brunnen hier irgendwelche Action abgeht. Null. Oh, amorten der Flüchtling. Hallo. Die bist noch so in der Geheimtür hier. So. Ich kann endlich weit genug springen. Yes. Noch amorten der Flüchtling. Ein Kochtopfformer, glaube ich nicht. Ob. Gibt es noch eine Trompete und da... Oh, da ist ein Rucksack. Hallo, Rucksack. Bronze Cake, Drauge, elixierte Feuerresistenz. Wir sollen die Dinger mal einsetzen, wa? Wer ist ja schon irgendwie smart. Noch mehr aufmontete Flüchtlinge. Topfdeckel. Ich brauche keinen Topfdeckel. Haben wir alle? Wir haben alle. Wir haben alle eingesammelt. Letzte Warnung. Lesen. Steht durch einen Migrantennause. Eingeladen, die euch nichts angehen. Wenn ihr ein Gehirn im Kopf spazieren tragt... Ehh... Oh, oh, oh. In auch einem wiederwärtigen Lager. Mädchen hat diese Botschaft wohl nicht bekommen. Irgendwann kann ich wissen, was mit ihr passiert ist und jetzt verschwindet. Hm. Können wir hier mit den Toten reden? Schade. Schade, schade. Ein ganzes Hühnchen, geil. Und Stangenbrot. Schönes Baguette. Gibt's Spinnenweben wieder. Das irritiert mich wieder sehr stark. Ja, Kratzer, wir haben's schon gefunden, danke. Wir haben's schon gefunden. What the fuck? Ich hab doch irgendwo diese Granaten liegen. Da. Okay. Das macht nix. Was bringt mir das, wenn ich da rüber gehen würde? Moment, das kann man doch. Da ist ne Winde. Komm zurück. Starian, du bitte auch. Du bist rüber gesprungen, du musst doch wieder zurückspringen können. Als ob. Verarsch mich nicht. Oh man, der macht mich fertig. Er hat's sogar versucht. Jetzt ist's geklappt. Achso, spannend. Ähm. Wie können wir denn die Winde benutzen? Das ist irgendwie nicht erreichbar. Bewegt sich aber. Was ist das? Ich komm nicht bis da rüber, ne? Ist doch, mit ihr versuchen zu springen und gucken, dass die anderen nachkommen. Sonnenbeschiner Höhleneingang. Ich glaub, die anderen müsst jetzt nachporten. Ja, danke. Oh. Hier waren wir schon. Das ist wenig gebracht. Bin ich ehrlich. Wenig bis gar nix. Wir können da hin. Da war ich noch nicht. Kratzer hat schon wieder ne Fährte gefunden. Und da waren wir auch schon drin. Kratzer, danke. Schwere Truhe. Uh. Nehm ich. Nehm ich alles mit. Liebeswerkzeug. Nehm ich auch mit. Ja, man kommt ja einfach rein. Ähm. Das ist erstaunlich einfach. Sollte man nicht den Flüchtlingen stecken, war? Dass man so in die Brücke kommt. Wie sie. Ha. Ihr Lappen. Wer seid denn ihr hier? Ihr redet miteinander. Wir sind erst mal schon mal auf der Würdenbrücke. Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. So. Hmm. Doppeltüper. Hier sind wir glaube ich rein, oder? Sind wir nicht hier rein? Ne, wir sind oben rein, ne? Hör mal hoch. Haben wir hier vielleicht irgendwo den Schmied? Der wäre awesome. Wer ist noch höher? Okay, dann können wir uns mal noch höher. Tü-tü-tü-tü. Oh. Was ist denn das für ein geheimer Hintereingang? Wer macht denn hier merkwürgen die Hintereingänge? Die jeder aufbrechen kann. Schau nach vorne. Oh. Ähm. Hallo? Wahrscheinlich darf ich dir nicht... Lass du mich da nicht sehen drin, war? Kommt hier rein. Kommt wieder rein. Mach die Tür zu. Kleiderschränke. Bettlaken. Ist hier noch irgendwas anderes drin? Bisschen Seife, Schwamm. Okay, ist jetzt wenig Spannendes drin, wenn wir mal ehrlich. Oh, hallo. If something's on my mind...